Es geht allein um Gier, Geld, Macht und Kontrolle, einiger weniger. In vielen Gebieten weltweit sind die Unkräuter, welche mit Roundup geschaffen werden, die gespritzt wurden, resistent geworden. Und die Bauern wissen nicht weiter. Durch die Umstellung auf biodynamische Landwirtschaft konnten wir den Boden heilen und somit auch die Pflanzen und die Menschen. Wenn wir hier den größten biologisch-dynamischen Markt in irgendeinem Entwicklungsland aufbauen konnten, dann könnten wir das auch in der Türkei, in Südafrika und in Brasilien. Eigentlich sollte man sich den besten Anzug anziehen, wenn wir auf den Acker gehen, weil man muss Ehrfurcht vor dem Boden haben, denn Ehr ist unsere Lebensgrundlage. Die Hoffnung besteht darin, dass immer mehr Menschen erkennen, welchen Schaden wir dem Land zugefügt haben. Nur dann können wir es schaffen, die Natur und das Land wiederherzustellen. Und um die Natur zu stellen. Und um die Natur und denenschutzter Land wiederherzustellen. Und um die Natur und die Natur herzustellen. Und um die Natur und einen supplies randomizingem connected lived. Und um die Natur und einenท Raum Doctorsія Toutfrey Teut是我 Und um die Natur wird die Natur und eine Natur virtuell... Und um die Natur wiederherzustellen. Und um die Natur zu stemmen. Vielen Dank.